hey freunde willkommen zurück fragan stalk wieder her ja ich hoffe euch geht's gut und heute stelle ich euch meine top 10 amma dürfte für oder amara also wenn ich mich nicht ganz täuschen wird das in der biologie amara ausgesprochen und in der kosmetik amber wie auch immer sehr geile amma dürfte sind dabei top 10 ich habe das extra schwieriger gemacht top 10 ihr wisst ja das ist für mich nicht so schwer weil die reihenfolge dennoch zu bestimmen aber ich habe es gemacht für euch ich hoffe euch gefällt das video und ja am war oder am war wie auch immer ist ein duft oder ein duft stoff der so zwischen holzig tabak balsamisch liegt eigentlich ein geiler duftstoff der würde früher aus dem verdauungstrakt der potwale gewonnen ein glück jetzt nicht mehr deswegen wird das synthetisch hergestellt also ist auch nicht mal alles negativ was synthetisch angeht weil es ist ja besser wenn man das synthetisch jetzt herstellt als aus dem portfall rauszuholen und so weiter und so fort ihr wisst es und ja die top 10 es sind ist sehr viel nischen lastig weil aber ist einfach also in denen dürfen die ich habe meistens nur oder oft in den nischen dürften vorhanden jedenfalls in den guten die ich wirklich sehr gut finde da sind jetzt das ist ein duft drin der aus dem mainstream kommt sonst alles nischen dürfte das gleich vorweg aber ist trotzdem sehr interessant und es sind sehr geile dürfte und gleich vorweg es sind nicht nur komplette amber dürfen das gibt es nicht nur wo der inhaltsstoff drin ist natürlich sind auch einige andere inhaltsstoffe drin aber es geht um den inhaltsstoff amber oder amra wie auch immer und den stelle ich euch jetzt vor die top 10 also bleibt dran bis gleich so wieder zurück sorgt platz 10 quit eventos leute ja quit eventos 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 ja es ist der king der selbsternannte king oder viele sagen er ist der king ja das ist noch ich wiederhole es immer die 2015 version bald leer ja es ist einfach ein fruchtiger duft man merkt schon so ein bisschen den amber da drin aber nicht ganz so stark trotzdem habe ich mit reingenommen weil es eben eventos ist und weil es ja trotzdem ein nicer duft ist er wurde nur tod reformuliert beziehungsweise so viel dubs etc pp aber eventos ist trotzdem ein sehr cool duft wo man so ein bisschen jedenfalls ich den anderen hinterkunft wahrnimmt in hintergrund meine ich natürlich wahrnimmt ja platz 9 ist eben der mainstream durfte der normale der nicht so teure und zwar club der it intense von amaf ja das ist im endeffekt weil ich gerade von dub von eventos geredet habe auch ein dub für mich der männlichste eventos unter den ganzen dubs oder gegen das gibt das original sogar weil der ist einfach dunkler rauchiger und ja er ist nice er ist nice das ist die 217er version es gibt ihnen natürlich jetzt immer noch ich bin der meinung etwas weniger ich habe ihn jetzt noch mal gekauft ich habe noch mal mehr im back abgeholt sie haben das zitrische ich werde noch mal ein einzelvideo darüber machen sie haben das zitrische weg genommen für viele auch den klostein haben sie jetzt weggenommen er ist jetzt sofort in der 2 21 gewinnen falls sie ich habe ist er sofort rauch ich cremig ananas und so auf jeden fall ein sehr cooler duft wo auch immer drin ist was hier definitiv besser raus zu sich ist und einfach besser kommt als beim original so das muss ich leider sagen das ist so club tonight intense von amaf so platz 8 kommt von stephani hundert lucas und zwar wenn ich das richtig jetzt ausspreche es zu leiten da keine ahnung arabisch sehr geiler duft sehr cooler duft heut sich aber merkt man hier nicht medizinisch kein oder ein bisschen und ich weiß das gar nicht fruchtig sehr starke halbbarkeit schöne arabischer duft das kann man wirklich so sagen ich finde schon so dass es dafür nur dass ich kenne jetzt nicht alle aber sehr gute dürfte macht kreiert und der gehört auf jeden fall dazu da wie auch immer sehr cooler duft auf platz 8 so platz sieben kommt von meinen ja oder eins meiner lieblings häuser und zwar zoologist oder zoologic wie auch immer und zwar squid ja squid die krake der oktopus der kalamar wie auch immer so viel namen einer meiner lieblingstiere ich habe kuscheltiere hier von meinen sohn wir sammeln die meine frau hat eine heizkette mit einem oktopus drauf kraken wie auch immer squid und sind schon sehr geile tiere mit sieben gehirn die sind einfach aber bevor ich abschweife sind sehr interessante tiere leute und hier ja ist das ist schon wirklich sehr geil gemacht dieser duft seit sich cremig und einfach tief aus den dunklen meer das kann ich nur so sagen anfänger die mit in diesem haus noch nicht in berührung gekommen sind sollten oder könnten sich den wirklich zu legen weil er einfach noch anders ist als ja die anderen üblichen verdächtigen weg ich sehr auf die fresse sind obwohl es ja inzwischen wie gesagt ich werde das ich schiebe das immer ein bisschen weil es einfach ich will das einfach irgendwie perfekt machen und ja ihr müsst das auch gucken weil ein zoologic oder zoologist video zu machen das sind viele düfte das ist viel arbeit und das nimmt zeit auch in anspruch und wenn ihr das denn nicht guckt ja deswegen schiebe ich das immer gerne das video ich hätte schon lange rausgebracht nicht jetzt ich habe aber ja auch in urlaub und so weiter aber das ist eine geile marke nehmen sie mal unter die lupe und so weiter und so fort sehr geiler duft viele sagen ja da kann ich mir auch mega mehr holen ein mega mehr ist komplett in eine andere richtung mega mehr möchte ich noch nicht darauf eingehen mega mehr hat überhaupt keine diese leichte süße cremigkeit gar nicht die hat dieser duft sehr sehr geil so platz sechs kommt auch von stephanie hundert lukas und zwar mortels gehen ja mortels gehen die ja die schlange die zu beißt brombeere und echte tinte ist drin und dann natürlich amber ist schwer hier rauszurichten also mortels gehen als der sterbliche haut sehr interessantes riecht auch fast wie eine haut eine zweite haut sehr interessant das ist ein absolut geiler duft wenn ich sogar der beste und noch mal für leute oder anfänger viele viele haben hier um das maul rum so weiße linien auch hier hoch dann ist das fake so ich habe mit den oberster chef gesprochen und so weiter und so fort dann haben die leute ein fake flakon leute achtet darauf leider sind die im umlauf und guckt bitte dass das so aussieht dass da keine weißen oder so eine komische linie in der fresse der schlange sind oder im maul wie auch immer mortels gehen sehr geiler duft so platz fünf ja platz fünf ist ein duft von roger und zwar elysium cologne ja das elysium cologne aber was soll ich sagen ist ein hammer geiler duft einer der geilsten holzigen fruchtigen dürfte fürs ganze jahr fürs büro auch hier nämlich amber war ihr müsst aber leider nach sprühen leider hat dieser duft nicht so die perfekte ausstrahlung na gut halbarkeit ist immer verschieden aber es muss der hätte viel mehr dampf haben müssen aber wenn ihr eine schöne fruchtigkeit haben wollt keine süße fruchtigkeit holzige fruchtigkeit und frisch einfach dennis elysium cologne euer mann ist einfach ein geiler durch auch ein geiler flakon sehr sehr nice wieder doch immer sagt so auf platz vier da kommt wieder der duft mit der story und zwar bagger 540 von kurzen ja das eau de parfüm ich habe das eau de parfüm weiß irgendwie oder bei mir die heilbarkeit um einiges besser ist und auch eine ganz andere silage hat als das extrakte parfüm für mich persönlich ich finde das so aber der duft gleich vorweg kann auch man tragen es ist ja sehr süß aber metallisch süß medizinisches zahnarzt süße ich kennt ja die story die viele feiern ich sag's jetzt noch mal den duft müsst euch so vorstellen ihr seid beim zahnarzt ihr wisst ja wie es beim zahnarzt riecht dann geht ihr wenn ihr fertig sagt man zahnarzt über die kermis oder über ein jahr macht wie auch immer wird ja überall anders genannt und geht an einen zuckerstand holt euch zuckerwatte oder mandeln findet die frau die dahinter arbeit aber so nice so richtig heiß dass ihr sie fragt hast du mal lust jetzt sofort schnell sie sagt natürlich sofort ja weil sie euch auch einfach nice findet und ja der macht es hinter ihren hinter den stand mit einem kondom mit ihr natürlich und ja so müsst euch den duft vorstellen was ich damit meine ist einfach süß einfach ja zahnarzt praxis dann wieder mandel dann ein bisschen gummihaftig ein sehr geiler duft und der duft hält wochen ich habe jedes mal wenn ich diesen duft trage dann kann ich egal was für einen starken duft ich darauf nehmen danach ich rieche den ich habe den immer in der nase diesen duft immer und deswegen sehr geil bagger rouge 540 so platz drei ich hoffe dieses mikrofon kabel nervig kauf mir bald eins ohne dass ich hoffe das wackelt jetzt nicht das geht mir immer auf den keks hier ein bisschen aber was soll's ja in die tower auf platz drei jetzt kommen wieder französisch oku oder du sehr wie auch immer kann ich nicht aussprechen muss sie auch nicht jedenfalls nicht was französisch in wort und schrift angeht sehr geiler duft da haben wir den amber und deswegen kommen jetzt auch die letzten top drei weil es einfach geil ist hier ist einfach ja schon das ist die trockene wüste dieser durch das ist auch der geilste du von andy tower hält ewig ausstrahlung ist gar nicht so stark wie viele sagen der ist stark aber nicht so wie er angepriesen werden also der ist schon man neben die war aber nicht so dass man umfällt wie viele sagen die trockene wüste ist ein duft den man gar nicht beschreiben kann und denn natürlich aber ja hier merkt man das aber doch wirklich sehr gut raus ich habe jetzt gerade so über die ich gerade und passt die reihenfolge ich ja eigentlich schon ja das einzige was wirklich gesagt werden muss bei diesem duft ist der deckel und der verschluss das ist absolut schrott und das muss ich auch wirklich sagen aber das kennt ihr das habe ich auch schon oft genug gelesen wirklich nicht gut aber der duft dafür ist einfach sehr sehr nice any tower auf platz 3 so auf platz 2 kommt am renuit christian die ohr oder christian die ohr wie auch immer ja das ist ein geiler amber duft wird sich geht auch ein bisschen in die ich will nicht sagen in die arabischen richtung nicht ganz aber es ist einfach ein fruchtiger duft der kann man wirklich über das ganze jahr tragen obwohl er ziemlich tiefen ja nicht abgang konnte ich gerade sagen hat allgemein sehr fruchtig würzig ist aber dadurch dass er nicht wirklich stark ist ich habe hier 250 ml müssten das sein das ist schon sehr geiler duft kommt aus seiner teuren line gibt es auch leider nur bei der ohr was hat leider auf einer hinsicht auch ist das gut gemacht das ist meine meinung und da steht das nicht überall und ja sehr schön würziger fruchtiger gar nicht leicht süßlicher duft der wirklich sehr sehr gut wo der amber richtig gut durchkommt deswegen auch am renuit also wirklich sehr geil auf platz 2 so auf platz 1 ja search oft mit ambas da warum weil hier einfach dieses amber richtig zur geltung kommt plus natürlich vanille das ist klar und sandelholz aber eben auch das balsamische was richtig nice ist meine frau macht den duft leider nicht aber ich finde ihn sehr sehr cool und das ist einfach auf platz 1 erzählt ihr euch aber denken können es ist einfach ein starker duft halbbarkeit ist hammer gut ausstrahlung ist hammer gut wie gesagt der amber kommt hier richtig gut durch natürlich auch vanille sehr starke vanille auch das heißt im endeffekt wenn die auch ein vanille duft sucht habe das schon in meinem letzten video gesagt wenn er einen super vanille duft sucht ja dann ist das auch euer duft und mehr muss ich eins für diesen durfte ich sagen und er ist nicht auf 1 weil er von mein lieblingshaus kommt nein er ist einfach auf 1 weil er wirklich nice ist ich finde ihn wirklich gut und 99,5 prozent die ich kenne finden die auch gut meine frau jetzt nicht pech trotzdem trage ich ihn sehr gerne duft auf platz 1 so das waren die amma dürfte oder amra wie gesagt aber amra noch mal wird nur in biologischen dings gesagt und in der kosmetik aber gesagt soweit ich das weiß und ja ich hoffe euch hat das video gefallen sehr coole dürfte dann natürlich fast nur nischen dürfte aber es kommt im mainstream bereich nicht so vor oder so oft vor dass ammada rein genommen wird gibt es auch wahrscheinlich genug aber ich habe die rausgesucht und wie gesagt es gibt auch in meiner sammlung nicht so viele amma dürfte im mainstream bereich und deswegen habe ich sehr viele nischen dürfte genommen aber sehr geile ihr kennt sie alle unten verlinkt schaut mal rein und dann sehen wir uns wieder macht's gut und bis dann für ein ganz stark abonnen abonnen Untertitelung des ZDF, 2020